In der Literatur finden sich zahlreiche Kompetenzmodelle, die sich mit dem Thema Medienkompetenz bzw. Media oder Digital Literacy beschäftigen. Das für Österreich zentrale Kompetenzmodell, das Digicom-P-Modell, das unter anderem auf dem TPEC-Modell beruht, erklärt Gerhard Brandhofer in einem eigenen Video. Wie unterschiedlich und doch ähnlich die Zugänge sind, soll in diesem Video kurz verdeutlicht werden. Hierfür werden das Digital Literacy 2.0 Curriculum aus dem Kontext des von der Europäischen Union finanzierten Lifelong Learning Program sowie die Zopf, die Scheren und die Kreisdarstellung der OECD kurz erläutert. Wir beginnen mit drei allgemeinen Kompetenzmodellen, nämlich dem Zopf-, Scheren- und Kreismodell der OECD, wie von Philipp Wampfler 2018 in einem Blogpost kompakt verglichen. Wampfler zeigt dabei, dass die OECD zumindest diese drei mehr oder weniger unterschiedlichen oder ähnlichen Kompetenzmodelle in ihren Schriften verwendet. Das Zopfmodell sieht dabei die Kompetenz als Resultat der Verzopfung von Knowledge, Skills und Attitudes bzw. Values. Sind diese miteinander verwoben und es bedarf aller drei Stränge, ist Action möglich. Die Kompetenz ist somit Basis für die Performance, das aktive Handeln. Sie erinnern sich vielleicht an Ihre ersten Versuche am Fahrrad? Theoretisch war klar, was zu tun ist. Motorisch waren sie vielleicht ebenso weit. Aber die erste Performance war vielleicht weniger von Erfolg gekrönt. Im OECD Learning Framework 2030 sind die Grundkomponenten ähnlich, der Output jedoch ein anderer. Die Darstellung erfolgt als Schere. Knowledge, Attitudes and Values sowie Skills bilden immer noch die Basis und notwendige Voraussetzung für Kompetenz. Diese zeigt sich jedoch nicht nur in der Action, sondern auch in Anticipation und Reflections. Wir sind hier also weniger handlungsorientiert als vielmehr allgemeiner Output orientiert. Der Output kann in einer aktiven Handlung ebenso bestehen wie im Nachdenken über oder im Voraussehen einer notwendigen Änderung. Ziel ist es, neue Werte zu kreieren, Dilemmata und Spannungen abzubauen und Verantwortung zu übernehmen. Diese drei Teilaspekte werden von der OECD als, ich zitiere, Three Further Categories of Competencies, Zitat Ende, und zwar als, Zitat, Transformative Competencies, Zitat Ende, bezeichnet. Im Zentrum des Outputkreises steht dabei das lernende Subjekt, das sich in einem Kreis aus Literacy, Numeracy, Data Literacy, Health Literacy und Digital Literacy befindet. Die unterschiedlichen Lesarten von Literacy zeigen sich hier sehr deutlich. Das dritte von Philipp Wampfler angeführte Modell ist das OECD, PISA Global Competence Framework. Wie der Name schon sagt, geht es hier um eine Global Competence, die ebenso als Rahmen Skills, Values, Attitudes and Knowledge hat, deren vier Komponenten aber auf das Zusammenleben in einer globalen Gesellschaft fokussieren. Nämlich, ich zitiere, Examine local, global and intercultural issues, understand and appreciate the perspectives and worldviews of others, take action for collective well-being and sustainable development, engage in open, appropriate and effective interactions across cultures, Zitat Ende. Um diesen Handlungsempfehlungen gerecht werden zu können, sind Knowledge, Skills, Values and Attitudes die Voraussetzungen oder eben Basis, die den Kreis schließen. Betrachtet man die im Shared-Modell angesprochene Digital Literacy, so fällt auf, dass diese auch immer wieder als sogenannte vierte Kulturtechnik neben dem Lesen, Schreiben und Rechnen bezeichnet wird. Was darunter zu verstehen ist, variiert jedoch. Das Digital Literacy 2.0 Curriculum beispielsweise besteht aus vier grundsätzlichen Blöcken, sowie einer allgemeinen fünften Kategorie. 1. E-Citizenship 2. Kollaboration 3. Soziale Netzwerke 4. Kommunikation und 5. Grundkenntnisse Diese vier grundsätzlichen Blöcke beschreiben die Kompetenzbereiche, die im 21. Jahrhundert als notwendig erachtet werden. Sie werden jedoch noch weiter heruntergebrochen in ganz lebenspraktische Bereiche. So fallen in das E-Citizenship beispielsweise E-Democracy, E-Commerce und E-Government. Wie kann ich meine Steuern online bezahlen? Und was muss ich dabei beachten? Wie kann ich mein Bankkonto online führen? Oder welche Risiken und Potenziale hat der Online-Einkauf? In den Bereich der Kollaboration fallen das gemeinsame Schreiben an einem Dokument und das Teil des Dokuments in Echtzeit mit einer anderen Person. Ebenso die Fähigkeit, Dokumente online zu speichern und zu teilen. In den Bereich der sozialen Netzwerke fallen die Jobchancen sowie der Kontakt mit anderen, worunter beispielsweise die, Zitat, Sicherung der eigenen digitalen Identität, Zitat Ende, oder auch das Pflegen von Kalendern und eigener Netzwerke fällt. Unter Kommunikation fällt das Erstellen und Veröffentlichen von Podcasts und Videos, ebenso wie das Bloggen und Microbloggen und das Nutzen von Chats und Videochats. Die Grundkenntnisse betreffen Hardware und System, also beispielsweise Dokumente korrekt abzuspeichern und auch wiederzufinden, sowie Internetkenntnisse, der richtige Umgang mit Pop-Ups, die Wahrung der Privatsphäre, das Erstellen von sicheren Passwörtern, die über 12345 oder Passwort hinausreichen. Man sieht, dass dieses Curriculum weniger ein Modell als eine praktische Handreichung ist, die die unterschiedlichen Kompetenzen beschreibt und Übungsblätter zur Verfügung stellt. Diese Fertigkeiten sollten alle digital mündigen Bürgerinnen und Bürger im 21. Jahrhundert besitzen. Das Modell ist nicht auf Lehrpersonen bezogen. Welche Digital Literacy Lehrpersonen im 21. Jahrhundert aufweisen sollen, wurde von Gerhard Brandhofer et Altri im DigiComP, dem Modell Digitale Kompetenzen für Pädagoginnen und Pädagogen anschaulich zusammengetragen.